Musik Hallöchen ihr Lieben, ich bin Kitty von Kitty Erdbeer und ich erzähle euch jetzt sieben Lügen und eine Wahrheit über mich. Ich esse gerne Katzenfutter. Anstatt Chips esse ich gerne so Trockenfutter. Ich koche Katzenfutter für ein nahegelegenes Tierheim. Einfach so zum guten Zweck. Ich will ein guter Mensch sein und so weiter. Viele haben es schon gesehen. Ich habe meine Zähne anspitzen lassen, weil Kitty, man will ja da dem Ganzen ein bisschen Ausdruck verleihen. Deshalb habe ich hier vorne meine Zähne anspitzen lassen. Ich gehe mit meiner Katze Gassi. Viele machen es mit Hunden. Ich mache es mit meiner Katze. Mit 16 habe ich mal bei einer Bravo Love Story mitgespielt. Ich hatte mal eine Nebenrolle in der Lindenstraße. Meine Oma hat mal Bob Marle getroffen und ihm sogar die Hand geschüttelt. Und Trashtas Mani ist meine Halbschwester. Ja, was denkt ihr? Was sind die Lügen? Was ist die Wahrheit? Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, was die Wahrheit ist. Schaut auf meinem Kanal vorbei und ja, bis zum nächsten Mal. Tschü-lü-lü. Bis zum nächsten Mal. Tschü-lü.